Willkommen bei Shop LZ, dem neuen Shopping-Sender in Deutschland. Ich bin Ramona Weisbach, eine Moderatorin von Shop LZ. Ich werde Sie jetzt gleich mit hinter die Kulissen von Shop LZ nehmen. Kommen Sie mit! Hi! Wir sind seit Juli 2021 live auf Sendung und das ist ein ganz lieber Mitarbeiter von Shop LZ, das ist da nicht. Das ist Rie, mein ganz lieber Kollege hier bei Shop LZ und das ist unser Produktexperte. So, jetzt nehme ich euch mit in das Studio. Wir müssen ganz, ganz still sein. Kommt mit! Wir präsentieren hier Mode, Beauty und auch Schmuck. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben, wie wir im Moment arbeiten. Und jetzt nehme ich euch mit ins neue Studio. Das ist unser neues Studio, von dem wir aus demnächst präsentieren und moderieren werden. Hier oben sind alle Büros unserer Mitarbeiter. Da vorne ist unser neues Studio und hier in diesem Gebäude befindet sich auch die komplette Logistik. Und das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Ja, und jetzt sind wir hier in unseren heiligen Hallen. Es wird überall noch gebaut. Ich freue mich schon, demnächst hier aus diesem Studio moderieren zu dürfen und ich sage einfach bis bald, bis wir uns wiedersehen. Eure Ramona. Ja. 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 Ja.